Heute gibt es leckeres Granola. Wir brauchen echt, ich mach das einfach nicht nach, weil wir brauchen einfach viel zu viele Zutaten. Ja, das ist alles, was wir brauchen. So, kommt erst mal näher, Leute. Zack. Ah, ich glaub, das ist so die Basis. Also ich würde lieber ein bisschen mehr reinmachen. Ich könnte ein gesüßes Blau, wenn ich kaufe. Ich hab's bei Lidl. Avarant gepumpt. Ich liebe Avarant. Leinsamen. Jetzt will ich eigentlich noch Kokosöl reinmachen, aber ich hab ein Problem, weil das ist ziemlich hart. Ich glaub, ich müsste das irgendwie vorher älzen. Wir geben einfach hier einen Löffel dazu. Zack, Kokosöl. Zwei Löffel Kokosöl. Lacka-lacka Kokosöl. Drei Löffel Kokosöl. Ahornsirup. Bisschen noch, komm, bisschen noch. So, jetzt eine Prise Salz. Ein kleines bisschen Zimt. So. Geil. Ey, das ist ja echt eine Menge geworden, oder? So, heiß, 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 heiß. Sisselt auch richtig hier. Ich hab das jetzt mal abkühlen lassen und hier in so ein Glas abgefüllt. Und das ist echt besser geworden, als ich gedacht hab. Und das Salz ist auch richtig geil, also gibt ordentlich Salz dazu. Also nicht zu viel, aber eine gute Prise Salz ist da echt geil dran. Guten Appetit. Hase. Hase.